Hi, I'm Linda Rocco for iCandy Frankfurt and I'm sitting here with Katrin Dillman. Welcome! Katrin ist eine von den Künstlern für iCandy Frankfurt. Wir machen eine Ausstellung in dem Nordwestzentrum, ja, einen ganzen Monat lang von 21. März bis 23. April. Wann ist deine Woche? Die erste Direktor. Oh, super. Ab dem 21. Ja, also es werden immer verschiedene Künstler, jede Woche. Das wird ausgewechselt, ja, und das wird sehr aufregend. Was ist deine, was für eine Kunst magst du? Ich male, ich male im Moment Porträts von Hunden und auch von Menschen. Ah, sehr schön. Die will ich auch zeigen da. Sehr schön, also Hunde sind Hammer, ja. Was ist deine Philosophie? Es ist niemals zu spät, mit etwas Neuem anzufangen. I love that. Absolut richtig. Und eine letzte Frage, ja. iCandy Frankfurt, bitte in einem Satz. Es ist die totale Energie und die absolute Selbstorganisation. Kunden organisieren sich selber, richtig. Ich bin auch nicht so lange dabei, aber was ich in den letzten zwei Wochen so mitgekriegt habe, das macht mir echt Spaß, ja. Super, super. Also, nicht wie hier, ja. In den Nordwestzentrum, kauf was ein. Die haben tolle Sachen, ja. Und es geht einen ganzen Monat lang. Du kannst kaufen, essen irgendwo, schauen die ganze schöne Sachen an. Look at the great art, ja. It's beautiful. Und es wird ein gutes Gefühl geben. Du wirst Katz und ich da sehen. Irgendwo unterwegs. Komm her.